Hallo, heute zeige ich euch, wie ich die Batterie bei einem Opel Combo getauscht habe. Achtung, dieses Video ist lediglich als Hilfestellung gedacht und stellt keine Anleitung dar. Ich hafte weder für Schäden am Fahrzeug noch für Verletzungen. Bei diesem Fahrzeug sitzt die Batterie links hinten im Motorraum. Um diese zu entfernen, muss zuerst dieser Schmutzfang vor der Windschutzscheibe abgeschraubt werden, da sonst die Batterie nicht rausgeht. Dafür gibt es links eine Schraube, dann wird das Ganze schon etwas lockerer. Rechts ist noch eine Schraube, jeweils 10er. Und dann ist hier noch eine Torxschraube. Dann muss man diesen Gummi hier entfernen und dann kann man das Plastikteil schon so ein bisschen wegbiegen. Da muss man aufpassen, da sind die Schläuche für die Waschanlage, der Scheibe noch mit dran, also nicht ganz abmachen. Die Batterie wird von so einem Halter hier gehalten. Das ist mit einer 13er Schraube befestigt. Die kann man abschrauben und dann entfernen. Dann ist die Batterie schon locker und man kann die Pole, zuerst den Minuspol, anschließend den Pluspol von der Batterie trennen und diese herausnehmen. Dabei muss man ein bisschen vorsichtig sein, die Batterie nicht zu stark kippen, denn da ist Flüssigkeit drin, die auslaufen kann. Anschließend könnt ihr die neue Batterie wieder reinstellen, ebenfalls wieder vorsichtig. Beim Anschließen der neuen Batterie geht man andersrum vor. Zuerst den Pluspol, dann den Minuspol. Anschließend noch die Schutzkappe über den Pluspol, damit diese auch nicht durch Zufall mit der Motorhaube zum Beispiel Kontakt haben kann. Und dann kann man diesen Schmutzfang, was auch immer, wieder einbauen. Das ist etwas umständlich. Da muss man ein bisschen so drücken und schieben. Da muss ein Teil unter die Scheibe, ein Teil über die Scheibe. Deshalb ist das Ganze etwas umständlich. Hat man das aber geschafft, kann man diesen wieder festschrauben und dann ist man eigentlich auch schon fertig. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen. Wenn ja, lasst es mich wissen durch einen Like oder durch einen Kommentar. Und wenn ihr auch so gerne an euren Autos selber schraubt, anstatt sie in die Werkstatt zu bringen, dann lasst mir noch ein Abo da. Vielleicht lade ich ja nochmal was hoch, was euch helfen könnte.